Das ist echt... Wo ist ein L? Kreuzung frei halten kennen die gar nicht. Bitte? Kreuzung frei halten kennen die gar nicht. Ja, das ist doch kein L. Ja, das ist doch kein L. Ja, das ist doch kein L. Ich war nicht nur. Ich war am Klanzer gestanden. Hast du schon mal gefragt? Hab ich auch schon mal gesagt. Und da zahlt die 100 Euro? Ja, komm doch ran, was für ein Laser die da haben. Ja, aber nicht der Laser, den die da noch kommen muss, kann auch mein Laser sein. Ja, das ist doch kein L. Ja. 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 Ja.